Richtig, da war es nämlich schnell genug. Dann wird hier jetzt ge-dodged, du. Das kannst du aber knicken. Das wird gespielt. Ach, jetzt wird Klopft mir auch noch geklaut, okay. Tja, dann pick doch einfach mal, ist selber schuld. Wer zuerst kommt, malt zuerst. In welchem Universum bist du denn, Neon? Habe ich bis jetzt einmal gespielt. Das lief richtig scheiße, weil ich die Fähigkeiten nicht kannte. Und da war ich auch nicht dabei, auf jeden Fall. Nee, nee, das habe ich alleine mal gespielt, das war auf Haven. Ja, Jet oder Sage würde ich sehen. Hauptsache, du entscheidest dich jetzt endlich mal, weil du bist der Letzte. Oh, das ging ja sogar mal relativ schnell. Ich bedauere sie. Das ging tatsächlich für Valorant-Verhältnisse super, ne? Der Spike ist hier. Hallo? Ja, er ist auf einmal talkative. Eigentlich talk ich sehr viel, wenn du nicht dabei bist. Wenn ich ehrlich bin. Wenn ich Solo-Q spiele, dann quatsche ich eigentlich viel. Okay, das ist krass. Auf der anderen Seite bin ich dankbar, dass du es nicht tust, wenn ich da bin. Sonst sind meine ganzen Titan-Quest-Streams alle voll mit englischen Callouts aus Valorant. Nutze Rauch. Ladung raus, ich finde euch. Ladung raus. Zwei Marken, ladung raus. Ladung raus. Zwei Marken, ladung raus. Granate. Ladung raus. Ladung raus. Zwei Down, zwei Down. Geh weg, Mann. Mann, scheiße, Digga. Ab. Er hat sogar einen Hitshot. Warum hat denn noch keiner außer mir meinen Kill gemacht? Okay, jetzt Rauch. Letzter lebender Verbündeter. Ja, nice fight. Nochmal in den Kampf. Ich bin nicht müde. Ihr etwa? Ich spare noch. Was heißt sparen? Einfach gar nichts kaufen oder ne Frenzy oder so? Oh, kannst du auch was kaufen. Ja, ich gönne mir ne Frenzy. Ich glaube, ich belastet dann einfach mal bei nichts. Das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Vom Preis her. Aber ein 1v1 ist, glaube ich, besser als ein Classic. Das ist natürlich jetzt eine ganz große Scheiße hier mit der Smok. Lade nach. Lass mich doch... Sauber. More. Unser Spike-Praker ist tot. Spike in B. Gucken verboten. Letzter lebender Verbündeter. Keiner hat mehr Feuerkraft. Ich pack das. Wollen wir nicht nochmal B gehen vom Ding her? Oder wie ist das, Jungs? Nö. Witzender. Ist doch kacke da. Ja, weil das Beiträger halt tendenziell in Richtung B. Nö, nö. Ja, jetzt nicht mehr. Keine Gefangenen. Kucken verboten. Ich finde euch. Wir kriegen sie. Auf die Jagd. Lade nach. Wir haben einen gewunden. Alle, die da sind noch kurz lebendig. Lade nach. Geht doch mal durch, Jungs. Geht doch mal durch, Sage. Hallo. Durch, durch, durch. Steht doch nicht alle im Weg, Mann. Ja, die stehen richtig krass im Weg. Das ist super ätzend immer. Schauen wir es hier hinten am Swarm. Ein Gegner übrig. Sehr nice, Jungs. Und dann holt man das zu ihm noch auch. Man muss nur krass sein. Mehr ist nicht notwendig. Einfach krass. Ja, der kann eigentlich nur da bei meiner Wall kommen. Oder halt vier von hinten jetzt. Ach, meine Lieben, wir dürfen weiterleben. Ach, du wirst die Sage. Ach, ja. Werden Sie sterben. Was verdachtest du denn, wer ich bin? Niemand. Ein Nichts. Achso. Ist das euer scheiß Ernst? Wir haben den Spike vergessen. Nee, Digga. Ich will deine hässliche Wände nicht. Stehle die Sicht. Keiner verstecken. Einer markiert. Mauer nicht bewegen. Widersacher beseitigt. I'm not taking that draw. Gute Job, Jungs. Wollen wir jetzt wieder A gehen, ne? Jo. Da sind wir dabei. Perfetto. Jo, das sind ja auch die einzigen, die das dann machen wollen, tatsächlich. Das wird schon. Ich weiß doch, dass da ein Teleporter ist. Ich weiß doch, dass da ein Teleporter ist. Aber ich dachte, der ist noch weiter weg, Mann. Ich dachte, ich kann einfach laufen. Nee. Weil diese Smoke ist halt immer Arsch hier. Und die halt nicht rauskommt. Erfrischend. Erfrischend. Klappe zu. Affe tot. Steig platziert. Letzter Leben der Verbündete. Hey, da machst du halt nischt. Siehst du, wir wären mal A gegangen. Ey. Ne. Hätte ja bloß jemand mitkommen müssen. Digga, was kann ich dafür? Ich war vom Teleporter noch 20 Lichtjahre entfernt, dass ich trotzdem einfach reinlaufe. Junge, hättest du mir mal Rayner gelassen. Jetzt bist du ganz unten. Und du wärst bei Rayner ganz oben. Bestimmt, bestimmt. Natürlich. Mit Rayner bin ich mehr confident. Mit Sage schmeckt das nicht so. Aua. Aua. Monster ist los! Ich finde euch! Einer markiert! Waffe hier! Auf die Hand! Kommt kaputt! Nehme ihnen die Sicht! Wir kriegen sie! Spike in A Ein Gegner übrig! Schild aus Heaven Schild aus Heaven Hat der Bro das hier hinter mir oder so? Nö Ja super Oh er hat jetzt oben gesmoked Blablabla Letzter Leben der Verbündeter! Ok, I guess Da konnte ich ja jetzt richtig viel gegen machen alter Ich bin ganz anders als diese Glove Und so mit den Leuten würde ich mich nicht vor die Tür tragen Danke sehr! Danke sehr! Konzentriert euch! Wenn du spielen willst Spielen wir! Nicht gut! Und los! Einer markiert! Nicht bewegen! Hol sie dir! Nein mehr! Mit nach E-Gesicht setzen! Zwei markiert! Cool! Zwei markiert! Ah, fuck off! Zwei markiert! Schild hat 80! Zwei markiert! Zwei markiert! Zwei markiert! War das gerade ein Headshot? Wie viele Schaden hast du gemacht? 165 Okay Ja, steht hier, 165 Wurde entweder gehealt oder du hast seine Ult getötet, aber ne, dann wäre die, glaube ich, separat angezeigt Aber der Schuss von dir sah aus wie ein Headshot, das hätte nicht gestorben, das wundert mich Ja, das wundert mich mittlerweile eigentlich in dieser Art von Spielen nicht mehr Aber eigentlich ist ein Wendel Headshot immer ein Headshot Das ist halt wie es ist, ne? Ich hatte auch schon AK-47 Headshots in CSGO, die keine One-Taps waren, das ist halt genau das gleiche eigentlich Müssten eigentlich auch One-Taps sein, aber was soll's Wie Bibi selbst mal gesagt hat, it is how it is Ja Die war ihrer Zeit voraus, die hat das gecheckt Lass mal auf unironisch, warte Ach, er fragt in dem Moment nach Son Das ist ja geil Ich finde euch Wir kriegen sie Auf die Jagd Was passiert? Gegner im Verdade nah Ach, ich seh halt nicht mal wie rum meine Wall wird, toll Und seit Letzte Lesen der Verbündeten Ihr hattet eure Spaß Jetzt bin ich dran Ein Gegner in der Träume werden Sag mal Jungs, also jetzt mal ohne Scheiß, macht ihr auch irgendwann mal was? Das ist krass, wie viel dann immer am Ende der Runde an einem selber hängen bleibt, weil alle Mates nichts gemacht haben Also einen hab ich gekillt und der Kloff hab ich 40 gemacht Ja, aber was ist denn mit Rogos mal? Ich weiß, was getan werden muss Ja, was weiß ich denn Mach Rogos mal irgendwas Der kommt ja gar nicht dazu, seine Fähigkeiten einzusetzen, wenn der keine Kills macht Big Spike ist hier Naja, er könnte Augen machen Ist doch scheiße, ja macht der aber glaube ich auch nicht so wirklich Einmal hab ich den ein Auge machen sehen Das war ganz nice geplaced, aber dann hört's auch schon wieder auf Das Ding ist, ich würde gerne Augen machen, aber ich kann's ja nicht Du machst immer Auge Guck mal, safe auch noch Da deckt sie auch Jetzt soll ich nicht auf Long Range da reinballern Bringt mir doch nischt Nicht bewegen Ein Kill in Park auf die Acht Lass deiner Knallkopf, lade nach Mann, ich bin schon wieder in den Teleporter gelaufen Mann, ich bin schon wieder in den Teleporter gelaufen Wieso ist denn der Nasona dran? Wieso ist denn der Nasona dran? Oh mann Boah, ist das nervig, wenn diese scheiß Gecko Flash da einen von hinten erwischen kann Okay, Bro, go Letzter Leben der Verbündeter Wie wird das wohl diesmal? Sind schon irgendwelche Muster aufgetaucht? Ich spare noch Warum saft der denn jetzt? Saft doch nicht Kauft doch einfach Habt doch einfach Geld, bitte Also mega krank viel Geld hab ich auch nicht, aber es reicht noch Ich spare noch Kopfbogen süßen Noch ist nichts vorbei Da Kopfbogen Ich finde euch Lade nach 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 Klappe zu Affel tot Affel tot Klappe zu Affel tot Meinst du? Klappe zu Affel tot Lade nach Lade nach Lade nach F***ing Moe, Bro Ge weg, Lauf Ge weg Als wär ich nie weggelegen Junge Einig Einig Witzig Was ist denn das? Kuchen verbunden Gegner Buh gedichtet Ein Gegner übrig Es ist Fünf Ist so nicht enttäuschend Ja wenigstens den Assist noch Macht euch bereit Ja Fünf Ist Stabil Ja Was soll ich dir sagen Ist die Story meines Lebens Der Spike ist hier Lade nach Sagen wir mal Haben wir ein Problem hier? Jo Haben wir einen Scheid? Jo Warum denn? Ich weiss nicht, du bist die Kurve Achso Finde ich diskriminierend Gegner bei B gesichtet Davon ist an dir Das liegt jetzt nicht an deiner Hautfarbe Sondern einfach an dir persönlich Ist ja dann eigentlich kein Keine Diskriminierung, oder? Doch, doch Also da ist einer drin, ne? Ja Da ist einer drin Das möchte ich mir nur nochmal anmerken Der ist da Kampi, Kampi Der ist da sowas von präsent Der Typ Zeal Gegner bei B gesichtet Werde wieder sterben Werde wieder sterben Zier Versteil Gucken verboten Move No Lass mich bitte weg, bitte. Nicht blockieren. Ihr Schmutz-Mates. Okay, er schafft es aber, Gott sei Dank. Immerhin. Schon wieder ein Assist. Schon wieder nur 70 auf Gekko. Letzte Runde in dieser Hälfte. Spart nicht unmöglich. Gebt alles aus, bevor es weg ist. So, morgen wird aber wieder gefahren, ne? Nur mal so. Ja. Also, dass man gleich weiß, any other song. Ihm gefällt Wab-Bab nicht. Wenn du spielen willst, spielen wir. Wie ist dieser komische Song von ApoRed? Babawang? Babawang. Babawang. Vielleicht gefällt ihm der ja besser. Aua, Aua, Aua. Man, das gibt's doch nicht. Okay. Das war funny, I guess. Ich glaub die Kacke so viel Schaden macht, hä? Natürlich snipet er mich mit seiner Extra-Snipe, oder? Ich hab' nicht zugehört. Ich hab' nicht zugehört. Ich hab' nicht zugehört. Achso. Das ist ja üblich bei dir. So, jetzt bist du letzter. Und, was sagen wir jetzt zu unserer Verteidigung? Seichenwechsel. Ich bin ja auch keine Rainer. Achso. Da kann man noch mal letzter sein. Da kann man noch mal letzter sein, ja. Außer immer wie es sexist ist. Also, ja. Ich heu' nicht. Ich heu' nicht. Ich hab' dich ganz objektiv nach deiner Meinung dazu gefragt. Das du dort platziert bist, wo du platziert bist. Ja. Ob sie dir Assists. Ja. Dann hast du mir deine Antwort ja jetzt gegeben. Da braucht es keine weiteren Kommentare. Nur eine objektive Antwort. Ja, wir haben alles gegeben. Außerdem bringen, äh, äh, Assists ja auch Punkte. So ist er nicht. Also, wenn man jetzt 30 Assists hat, dann ist man halt über einem. Selbst wenn der ein paar mehr Kills hat, als man selbst. Ich finde euch. Und richtig. Oder du hast nicht so viele Assists. Gegner bei A gesichtet. Phoenix ist hier. Hier. Noch mehr? Mh, weiß nicht. Bis jetzt nicht. Find das mal raus, bitte. Ne, die kommen B, die kommen B. Ah. Dieser Wichser. Platziert. Siehst du, deswegen bin ich letzter. Soll ich schon irgendwas sehen? Sch-Scherri-Sch-Schöner Sheriff Headshot. Kommt kaputt! Soll ich schon irgendwas sehen? Schöner Sheriff Headshot in mein Gesicht. Oh, du Depp. Letzter Leben der Verbündeter. Mein Zeug hat noch nicht fehlgezündet. Können wir das feiern? Was kauft man denn? Ich spare noch. Shorty. Na wobei, ich kenne hier keine Position, wo die gut wäre. Bring sie zurück, wir überrennen uns. Ich finde euch. Okay, wo kommt ihr? Mann, das gibt's doch nicht! Was ist denn mit euch Wichsern auf einmal los? Spike platziert. Komm, ziel eines! Kein Verstecken. Gegner bei A gesichtet. Gegner bei A gesichtet. Letzter Leben der Verbündeter. Nice race, was du da machst, ist wirklich super. Das hält mich nicht auf. Wankt nicht. Wir sind Valorant. Wir sind Kämpfer. Keine Lust mehr. Das war immer hintereinander hier so eine Sheriff-Bombe, alter. Nicht cool. Doch, jetzt wird hier dicht gemacht. Hier kommt keiner mehr rein. Das reicht mir. Wir machen die Grenzen dicht. Ich muss was in die Luft jagen. Kein Verstecken. Oh, wow. Ich glaube eher A. Ja, gut möglich. 3-Bad-1. Spike platziert. Ohne. Netter Versuch. Brauchst du Heal? Na, geht noch. Kein Gegner übrig. Digga. Jetzt hat mich die Kacke trotzdem noch getroffen. Hilfe, 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 Hilfe. Warum pushst du den denn? Der hat doch einen Operator. Ja, weil wir jetzt den... Du musst ihn pushen doch. Du musst doch defusen jetzt. Und der hat das doch im Visier. Natürlich musst du ihn pushen. Ja, siehst du. Sonst passiert das, wenn man ihn nicht pusht. Ja, wir waren ja zu zweit. Ja, und? Du musst doch trotzdem etwas machen gegen den. Der steht doch da. Und sobald du defust, zieht er rum und one-shotet dich. Du musst ihn einfach umpushen. Du musst hoffen, dass er verschießt und dann halt ihn killen, weil er gerade... Weil er immer nur einen Schuss gleichzeitig machen kann. So spielt man halt gegen Operator. Ah gut, die wissen jetzt, wo ich bin. Gegner bei A gesichtet. Gegner bei A. Gegner bei A. Meine Röse ist bereit. Unziffer. Kein Verstecken. Sie wehren sich. Einziffern markiert. Letzter lebender Verbündeter. Ein Gegner übrig. Umgeben von meinen Freunden. Wir gewinnen. Ladung raus. Wenn du spielen willst, kann die Klopfe aufhören, genau da hinzugehen, durch und gehen. Fieh ich einmal B und keiner ist B oder was? Gegner A gesichtet. Pulverisiert! Gegner bei B gesichtet. Tatsächlich. Lade nach. Holen Sie den Spann platziert. Wir kriegen sie. Auf die Art. Keine Ladungen. Letzter lebender Verbündeter. 120 natürlich. Stirbt er eigentlich. Du hast gut gekämpft. Aufgefallen. Monster ist los. Ah ja. Hör mal, hat der Gegner seine Ult gewastet. Eine kleine Änderung. Und alles wird... Wieder was erreicht im Leben. Klappe zu. Affe tot. Nicht bewegt. Die Jakt beginnt. Spike in B. Damit sind es drei. Letzter Leben der Verbündeter. Und jetzt bin ich mein erster. Scheiße. ... ... Bis zum nächsten Mal.